Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Ich hab gerade mal wieder Q geskillt schon, das mach ich immer irgendwie schon bevor ich anfange aufzunehmen. Ja, ähm, und ansonsten... Ach, jetzt ist das Fenster hier unten, weil ich das letztes Mal runtergezogen hatte. Also das merkt sich die Position tatsächlich. Oh, und das ist gratis. Na, dann nehm ich's. Warum nicht? Gratis Sachen immer mitnehmen. So, ähm, ja, heute... Ah ja, ich wollte ja Botlane gehen. Oh man, ich, äh, gehe einfach erstmal immer den anderen hinterher. Und die teilen sich wieder so auf, das ist vielleicht gar nicht mehr so gut. Muss ich jetzt wieder hier allein die Stellung halten. Na gut, wir gucken einfach mal, was das heute wird. Letztes Mal war es ja nicht so erfolgreich, leider. Ähm, ja, also das, äh, war ja echt nicht so geil. Und, äh, übrigens, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich, äh, zwischendurch, ähm, nicht noch weitere Folgen einspiele. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt zwischendurch mal mit jemand anders aufnehme, dass der, ja, dass das dann nicht irgendwie erst nach 10 Monaten kommt oder so, wenn ich die anderen Folgen jetzt hier alle released habe, sondern dass ich dann quasi die, äh, entsprechenden Together-Aufnahmen zwischendurch mal einstreue, zwischen meinen vorproduzierten Folgen hier eben. Ähm, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Werden wir sehen. Ähm, dauert sicher noch, äh, bis ich da, oder, ja, werde ich mir noch überlegen, auf jeden Fall. Nur mal so, dass ihr euch nicht wundert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, letzte Folge, kann das auch vor zwei Folgen gewesen sein, weil eben so eine andere Aufnahme dazwischen gelegen hat, ne? Nur nochmal so zur Erklärung. Und ja, ich hoffe natürlich, ich werde heute mal wieder gewinnen, man weiß es ja immer nicht. Ähm, ja, zur Zeit waren die erstmal wieder dran und die haben den ersten Kill. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so bleibt, also, dass die nicht in der Oberhand bleiben. Gut, ich war auch mal wieder first blood, ne? Das, äh, war ja auch wieder scheiße. So wie letzte Runde auch schon. Oh Mann, ey. So, gucken wir mal hier. Oh, da kommt einer zum Unterstützen. Sehr gut. Da, äh, gehe ich auch mal mit drauf, auf jeden Fall. Auf cupbob. So. Okay, schauen wir mal. Ich kann gerade keine Fähigkeiten machen. Also, ein bisschen doof. Muss ich ein bisschen warten. Hab wahrscheinlich noch zu wenig Mana, oder was? Keine Ahnung. So. Na komm, das kriegst du hin. Die paar Minions hier. So, warte mal. Ich guck mal, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie finden. Na, hat jetzt auch keinen Sinn, wenn er da zum Turm geht. Da farm ich ja nochmal ein bisschen mit. Hallo. So. Machen wir mal weh. Ein bisschen. Okay. Friendly Fire sollte ja nicht aktiv sein, ne? Ich glaub nicht. Also, dass man seine Kumpanen quasi beschwächen kann. Äh, ja, geil. Oh. Mensch, immer diese Schleuderangriffe da, wo die um sich rumschlagen. Ey, das gibt's gar nicht. Ich hasse das. Kann ich überhaupt nicht leiden. So. Okay. Bisschen was trinken. Ah, da sieht mich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum die einen immer im Gebüsch sehen. Die merken sich das wahrscheinlich wirklich. Ah, ja. So. Bisschen Schaden haben wir gemacht, immerhin. Scheiße. Na? Der kämpft jetzt erstmal gegen den. Na, toll. Alter, ey. Das gibt's doch gar nicht. So. So. Scheiße. Ach, Mann. Muss man mal gucken. Ah, jetzt ist er grad Level 4 geworden. Da hast du ja gleich gesehen, wie die Herzen hochgingen. Oder seine HP. Oh. Bisschen was essen. Also, Heiltrank und so. Gut. Einen Trank isst man jetzt wahrscheinlich weniger, aber... Warum nicht? So. Gucken wir mal. Oh. Der ist, äh, tot. Geil. Okay. Diese E-Fähigkeit, die dauert aber auch ziemlich lange zum Aufladen, ne? Ja, ist fast wie eine zweite Ulti, so ein bisschen, hab ich das Gefühl. Und er sieht mich nicht. Oh, scheiße, was mach ich denn? Mann. Hat mich verklickt. Er sieht mich grad nicht, das ist sehr gut. Oder auch nicht. Geh, einfach mal zurück. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich gegen den ankomme. Ich bräuchte jetzt wahrscheinlich mal Unterstützung ein bisschen. Ach du Scheiße, ja komm, kann ich gleich zurück. Das wird nichts. Da müssen wir mal zu zweit drauf hier. So. Irgendwie, komm. Ah, das wird nix. Oh, Mann. Wie steht's? 0-0. Wow. Ah, hier 5-2, die scheinen schon wieder zu gewinnen, ey. Das gibt's doch nicht. So eine Scheiße, Alter. So. Geh ich mal hierher. Hm. Ah, werd ich auch nicht schaffen, gegen die anzukommen. Der ist auch die ganze Zeit nur an dem komischen Turm. Ah. Scheiße. Ah, war mal auf den da. Ich weiß ja nicht. Was er jetzt vorhat, keine Ahnung. So. Erstmal hier ein paar Minions platt machen. Das geht ja immer. Ach, Mann. Ach, Mann. Na ja, da wär's jetzt auch schon wieder gewesen. Ah, komm. Das wird doch nix. Ich versuche irgendwie noch zu entfliehen. So, bin nochmal davon gekommen, zum Glück. Oh, Mann. Oh, Mann. Was geht eigentlich hier jetzt ab? Ich bin doch irgendwie wieder der Einzige, ne, hier auf der Botlane. Das gibt's doch nicht. Hier geht die Action ab und keiner kommt mir zu Hilfe. Also, zwei Spieler bräuchten wir ja schon, wenn wir hier gegen zwei kämpfen, ne? Das sollte ja klar sein. So. Oh, Mann. Komm. Scheiße, ey. Es wird doch wieder nix heute. Ich verliere doch schon wieder. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so oft verliere. Das kotzt mich übelst an. Warum kann man den Effekt einfach weiter sehen? Das ist voll dumm. Braucht man diesen Unsichtbarkeitseffekt auch gar nicht. So. So, da ist er. Ist ja gut. Vielleicht können wir irgendwas machen. Er geht erstmal in den Busch. Oh, ich schieße ja immer aus dem Busch heraus. Kann man auch mal machen. Und er macht seinen fetten Angriff. Vielleicht kann ich irgendwie abstauben oder so. Ah, gucken wir mal. Ah, das wird doch nix. Ja, geil. Äh, es ist immer wieder dieselbe Scheiße, weißt du? Ah. Na ja. Wie sieht es eigentlich bei denen, ihren Turmen aus? Die sind einfach noch voll, alter. Gut, der nicht. Bei dem sieht man es nicht. Der, na ja. Sind alle schon ein bisschen angekratzt. Na ja. Aber. So richtig, äh, gefällt mir das hier alles noch nicht. So, gehen wir mal da hin. Mal sehen, wie wir das jetzt hinkriegen. Oder ich. Wieso rede ich eigentlich immer in der Wir-Perspektive? Ich weiß es nicht. Ich meine, mal kann man das machen, aber nicht immer. So. Ah, das wird wieder Scheiße hier. Jetzt kriege ich meinen ersten... Äh, jetzt wird unser Turm das erste Mal zerstört. Also von unserem Team. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Komm, da habe ich mir gar keinen Bock mehr. Weißt du? Die ganze Zeit bin ich nur am Verlieren. Ah, ich dachte, ich schaff's noch, ey. Das kann doch nicht sein. So ein Scheiß. So. Okay. Oh Mann, da weiß ich nicht mal, was ich sagen soll hier. Da bleiben einem einfach die Worte weg. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Jetzt werden wir einfach Schmür getötet, wisst ihr? Das ist doch einfach so deprimierend. Da kriege ich nie mein Level 9. Mein großes Ziel. Oh Mann. Ich habe noch nicht mal mein Ulti wieder. Ich bin noch mal übelst langsam im Level in Ingame hier. Das ist richtig scheiße. So, schieß sie mal ein bisschen ab hier. Damit wir vielleicht ein bisschen EP kriegen. Oh, Ulti. Geil. Ich muss mal meine Ulti wieder einsetzen. Das habe ich letzte Runde auch nicht gemacht. So, komm. Machen wir erst mal hier. Dann muss ich auf irgendeinen machen, der low ist. Haben wir da einen. Na, ich guck mal. Der, na gut, der ist jetzt nicht low, würde ich sagen. Der ist einfach nur, weiß ich nicht. Oh, aber hier, guck mal. Den könnte ich, ja. Na, die ist natürlich wieder. Na, ich guck mal. Vielleicht trifft sie ja irgendwie. Und vielleicht sitzt sie ja. Naja. War ganz okay, oder? Aber der heilt sich halt gleich wieder voll. Es ist halt, dann bringt dann halt auch nichts. So. Kackbob. Ist wieder da. Der Kackbob, alter. So, gehen wir mal gemeinsam auf ihn drauf. Den Kackbob haben wir besiegt. Gucken wir mal, ob wir ihn hier noch kriegen. Oder sie. Natalia. Vielleicht wird es ja was. So. Oh. Das sieht doch gut aus. Der laufe ich mal hinterher hier. Na komm, mach mal ein bisschen hier. Gib Pfeffer. So. Ah, der hat einen Kill gemacht. Ah, scheiße. Ja komm, lass mich mal hier rausgehen. Bitteschön. Du kriegst mich nicht. Dicker. Erstmal Heiltrank snacken. Alter. Ich geh mal hier weg. Bisse zum Spawn. Ist vielleicht besser. Oh Mann, oh Mann. Kann mir erst mal was kaufen. Na, jetzt. Hey, ich hab kaum Gold, Alter. Ist ja übel. Na, da kann ich ein bisschen was machen. Bei einem dieser nutzlose Schmuck, den ich hab, ey. Kann ich auch mal ablegen. So, warte mal. Muss ich mich mal anders hinsetzen eben. Ah, okay. Oh Mann. Da gucken wir mal hier. Da komm ich auch schon. Oh. Die ist wieder low. Oder eher. Oder was auch immer. Oh. Nice. Der hat einen... Scheiße, ich krieg keinen Kill, ey. So, ein bisschen Cue'n hier. Bin ich jetzt gestorben? Lol. Okay. Jetzt haben wir hier zumindest mal ein paar auf unserer Lane. Das ist gut. Oder auf meiner Lane. So, könnte ich mal eine Ulti droppen, oder? Auf den da. Ich frag mich nur, wo er ist. Nicht so ängstlich. Yes, Alter. Der war gut. Oh Mann. So, warte. Ich glaub, den kriegt man nicht. Scheiß Kack, Bob, ey. So. Naja. Versuch war's wert. Bisschen haben wir ihn runtergekriegt. Ah, jetzt sind hier schon wieder nur Gegner, ey. Drei Leute auf... Ach, das gibt's doch nicht. Wo pinneln die anderen rum? Irgendwo in der Gegend. Wir sind tot. Ja. Oh Mann. Guck mal mal, was ist das hier eigentlich für eine 14? Ach, was sei denn? Leute, ich hab erst 14 Leute getippt. Alter, das ist ja mega low. Ich muss mal ein bisschen besser werden hier. Alter, schmier dieser Kack, Bob. Mann, Mann, Mann. Der geht einem schon auf den Sack. So. Guck mal mal. Na toll, das wird doch jetzt wieder nix. Also wenn sie jetzt so anfangen hier, ja? Dann haben wir ihr verloren. So. Ah, scheiß Kack, Bob, hab mich wieder getötet. Weißt du? Das ist wieder so ne scheiß Runde, Mann. Wir müssen... Ich muss da auch mal Glück haben. Weißt du, auch mal wieder gewinnen. Nicht immer mit solchen scheiß schweren Gegner spielen. Und vor allem, irgendwie hab ich ja gesehen, am Anfang der Runde, drei von denen sind irgendwie AFK die ganze Zeit. Oder haben keine Verbindung gehabt. Oder hat sich das dann doch noch gelegt. Ich weiß gar nicht. Die haben sich zumindest alle was gekauft. Das, äh... Lässt darauf schließen, dass sie nicht AFK waren. Oder... Keine Verbindung haben oder sonst was. Ah, scheiße. Vielleicht kann ich mal ne Ulti setzen. Ich weiß noch nicht auf wen. Auf gut Glück. Ach, die fliegt daneben. Na toll. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Wo fliegt sie hin? Na, raus in die Unendlichkeit, würde ich sagen. Ach, wo bin ich jetzt? Ähm... F1. Sieht man sich. So. Okay, schauen wir mal. Ah, es sind schon wieder viel zu viele Minions hier. Müssen wir mal gucken, dass ich da ein paar kille. Weil, ja, ich will nicht, dass unsere Minions sterben. Weil, vielleicht können wir den nächsten Turm rushen. Wenn da kein Gegner ist. Aber da sind sowieso schon wieder Gegner. Naja, wow. Ach. Ach, scheiße. So. Kriegt man das irgendwie hin? Bisschen hier auf den Kackbock drauf. Los. Ach, das wird doch nichts. Ach, scheiße. Habe ich den Trank jetzt noch verbraucht, oder was? Na gut, ist eigentlich auch scheißegal, oder? So. Oh Mann. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Also. Ich bin ein bisschen müde noch, ey. Das ist mir die zweite Runde für heute. Es ist gerade wieder halb zwölf am Vormittag. Ja, keine Ahnung, da wäre ich immer müde, irgendwie. Von vielen Reden, oder so. Okay. Ja, heute Abend nehme ich da noch ein bisschen Mini-Craft-Attack auf, für Ickids. Das Projekt läuft wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn ihr die Folge hier seht. Die kommt ja dann erst, äh, in vielen Monaten, wahrscheinlich. Naja. Kommt mir zumindest auch mal so vor, dass die Folgen so lange brauchen, bis sie kommen. So, da ist wieder der Kackbock im Busch. Und Natalia, alter. Gibt's ja nicht. Oh Mann. Das wird doch nix. Das sage ich auch viel zu oft, das wird doch nix, ne? Ich bin ein sehr pessimistischer Mensch in solchen League of Legends Runden hier. Ja, warum wohl? Woran könnte das liegen? So, ist der jetzt noch hier? Komm, ich will mal eine freshe Ulti setzen. Oh, komm. Lass mich mal ein bisschen hier nach hinten gehen. Bei einer Ulti muss man ja immer ein bisschen weiter weg sein. So, die hat gesessen. Geil. Jetzt kann man hinlaufen und ihn überraschen. Na gut, das wird wahrscheinlich nicht so eine große Überraschung. Vor allem, wenn ich so lowlife bin. Das ist ja eher eine schlechte Überraschung für mich gewesen hier. So eine scheiße, alter. 22 versus 9, das wird doch nix. 3 zu... Oh, wir haben auch schon einen Turm zerstört, Mann. Letzte Runde war da hier ein bisschen unerfolgreich. Ich glaube, da hat man null Turme. Oh. Es ist einfach nur miserabel. Aber zumindest ist das hier keine 20 Minuten Folge. Obwohl das eigentlich immer noch das Beste ist, weißt du? Wenn du verlierst, dann wenigstens noch eine 20 Minuten Folge. Dass es nicht allzu lange ist, ja. So, aber irgendwie trauen die sich auch nicht so wirklich, ne? Also... Hm. Ich glaube, die sind nicht ganz so stark wie die letzten Gegner. Naja, egal. So. Okay. Nehmen wir hier die Vasallen wieder auseinander. Oh. Dass ich da zumindest ein paar Kills hab. Okay. Immer die Wehrlosen mitnehmen, weißt du? 25 haben wir schon. Nice. Das sind alles meine jetzt. Tch. Erst mal W und dann geht's los. Oh, scheiße. Jetzt kommen sie. Lasst mich in Ruhe. Ich will eure Vasallen töten. So. Ich sollte Q vielleicht auch mal einsetzen, wenn ich das die ganze Zeit hochlebe. Huch. Ja. Mach's du jetzt mal. Greif doch mal jetzt an. Du musst erst einen Meter davor gehen. Ich glaube nicht, dass das der Sinn eines Fernkämpfers ist. So. Ja, mal sehen. Da kriegt man auf jeden Fall noch ein paar. 30. Ja. Vielleicht schaffen wir die 40. Man muss so kleine Ziele stecken. Wenn wir dann 40 haben, können wir die 50 uns anvisieren als Ziel. So. 32. Na gut. Okay. Okay. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Junge. Ah. Da habe ich ja echt keinen Bock drauf hier. Aufs Tod sein. Die ganze Zeit in League of Legends. So richtig voran geht's heute auch nicht, ne? Oh Alter. Die haben einfach schon wieder 5 Türme. Ich glaube, das ist gelaufen für uns, oder? Scheiße, ey. Ach, Mann. Immer wieder dasselbe Spiel. Oder dasselbe Ablauf. Wie auch immer. Naja. Also so eine Runde, wo ich gewinne, hätte ich schon mal wieder gerne. Das wäre schon wieder mal ganz nice. Aber nein. Ich muss ja gegen Kackbob spielen. So ein Scheiß, ey. Lauf jetzt von denen davon. Mann, ey. Das hat doch keinen Sinn. So ein Krotz, ey. Ich bleib gleich einfach nur in der Base und mach einfach nix mehr. Oder lauf hier so rum. Hm. Das sind noch ein paar Vasallen. Vielleicht kann ich die mir holen. Das wäre das Beste jetzt, ey. Na gut, die sind eh wahrscheinlich eh alle gleich schon tot, wenn ich wieder lebe. Ja, sieht so aus. Na gut. Hier sind auch noch ein paar Vasallen. Vielleicht kann ich mir die holen. Ja, komm. Gehen wir mal hin. Vielleicht können wir ja irgendwas reißen. Ich muss mal gucken. Nächste Ulti, ne? Ist wieder startbereit. So, hier. Komm, ein bisschen abschießen die Viecher. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Leu, ich hab gleich schon die 40 Vasallen. Ey. Das ist ja voll nice. Ist bestimmt sehr spannend zuzusehen. Wie ich hier nur Vasallen töte und so. Okay. Ich mach mal Q hier. Ein bisschen. Dann den und dann den. So, jetzt hab ich Q genommen und... Na gut, egal. Mach nochmal ein bisschen W. Ja, einfach ein bisschen am Farmen. Ich mein, was soll ich groß machen jetzt? Ich mein, das Spiel ist eh gelaufen. Dann nutze ich die Zeit und farm hier noch ein bisschen. Kann ja nicht schlecht sein. Oder nicht schaden. So, und vielleicht schaffe ich es ja sogar zum Turm vorzudringen. Obwohl ich das nicht glaube. Der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Ja, genau. Jetzt kommt der Kackbob mir wieder hinterher. Ey, das ist doch nicht wahr. Weißt du, ich will doch hier nix, äh... Ah, ey, das ist doch nur Scheiße. Hätte ich so fast ausgetrickst, ey. Scheiße, dass das Gebüsch nicht durchgehend ist. Mann. So ein Rotz einfach nur. Da will man mal in Ruhe sein. Ein bisschen was machen hier. Kommen die gleich wieder an. Die Deppen. So. Na, der ist fast down. Da könnte ich jetzt ein Ulti nehmen. Na gut, obwohl... Wäre jetzt eh nicht gegangen. Natürlich nur, wenn ich gelebt hätte. Ist ja logisch, aber... Wäre eh nicht gegangen, weil da die ganze Zeit so rumgetanzt ist. Und ja. So. Gucken wir mal. Ach ja. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Minecraft Explore, was auch auf Ickes läuft. Zur Zeit. Zumindest zur Zeit der Aufnahme gerade. Nehme ich dann auch bald wieder auf. Freue ich mich schon drauf. Ja. Wird ganz cool. Denk ich mal. Da benutzt ihr mich auch die Monster Cat Musik und... Ist eigentlich ganz chillig so. Aber das Problem ist halt immer bei der Monster Cat Musik, dass die Videos immer urheberrechtliche Hinweise haben und so einen Scheiß. Das ist halt immer nicht so geil. Und vor allem immer wegen irgendeinem anderen Lied. Das ist ja noch das Schlimme. Nicht immer wegen demselben. Ne, ne. Ja. Ja, und deswegen benutze ich halt auch die Monster Cat Musik jetzt nicht so oft so gerne. So. Kann noch ein paar Vasein töten hier. Bisse weh. Wird sich gerade lohnen. So. Und die 50 Vasein, die kriegt man vielleicht noch. Jetzt habe ich mal eine ultige Skill. Bringen wird es mir wahrscheinlich nicht viel. So. Zack. Komm mal hier ran. Scheiße. Die können die einfach viel schneller killen. Ah, guck mal. Ich habe die 50 Vasein voll. Geil. Setze ich mal eine Ulti hier. Why not? Oh. Der hat sogar ziemlich Damage kassiert, alter. Voll nice. Und der war erst Level 10? Ich bin schon Level 11, alter. Ich bin mal besser als irgendwer anders. Lol. Hatt ich auch noch nie. Ah, der killt mich trotzdem. Ist natürlich klar. Ja. Der kackbock wieder. Was haben wir hier noch? Irgendwelche anderen Vasein? Alter, hier könnte ich so schön farmen. Mann. Aber hier sind wieder die ganze Zeit Gegner. Deswegen gehe ich da nicht hin. Ja. Wie steht es eigentlich? 5 zu 2. Na gut. Ist schon mal besser als 5 zu 0. Aber trotzdem. Nicht so geil. 30 versus 13, alter. Das ist doch einfach nur scheiße. Kann ich mal wieder schwächere Gegner oder stärkere Mitglieder haben. Das gibt es doch nicht. So. Schutzengel hole ich mir jetzt. Das ist immer gut. Gut. Ja. Okay. Hm. Was machen wir hier noch? Hier ist wieder dieser scheiß Kackbock. Weißt du? Den keiner leiden kann. Den ich schon seit 30 Minuten ertragen muss. Mann. Ja. Oh. Ja komm. Ich farme ein bisschen. Gibt ja gerade nichts Wichtigeres oder so. Ne. Wir farmen ein bisschen ganz gechillt. Ja. Warum nicht? So. Weg mit euch. Braucht ja keiner hier. Die Viecher. Wir machen folgendes. Immer dieser scheiß Effekt da um ihn rum. Äh. Geht einem voll auf den Sack. So. Warte. Erstmal er. Ah. Mann. Oh. Der hat ihn getroffen. Ja. Nice. Nice. Gut. Vielleicht hat uns was gebracht. Die Ulti. Ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Ähm. Ähm. Äh. Mann. Das ist doch wieder. Alter. Was will er denn nur? Jetzt geh ich zu meinem äh guten alten Stein hier. So. Wie sieht's aus? 7 zu 2. Na geil. Die werden wieder gewinnen. Sind jetzt schon in unserer Base. Ja genau. Komm. Hör doch auf. Mach ich nochmal W hoch. Und geh hier mal lang. Mir ist egal ob die äh unsere Base äh einnehmen. Ich geh jetzt erstmal hier bisschen farmen. Ich weiß gar nicht ob das einem Minuspunkte gibt oder nicht. Wenn man am Ende nicht die Base verteidigt. Ich hoffe mal nicht. Sonst äh wär's natürlich schlecht. Ja. Aber egal. So. Ähm. Das war jetzt auch dumm. Na komm. Wir holen uns noch ein paar Vasallen. Na. Kriegen wir das hin? Ich hoffe es doch mal. Ah. Da 61 Vasallen schon. Das ist ja gar nicht schlecht. Da bin ich ja heute echt ein Tryharder. Och scheiße. Oh. Warte mal. Jetzt kommt mein Schutzengel. Glaube ich. Ja. Geil. Nice. Ah der hat. Der braucht jetzt wieder 300 Sekunden bis der. Boah. Mann. Wieso ist da einer? Immer dieser Kackbob. Der ist überall alter. Mal ist er oben. Mal ist er unten. Weißt du. Warum? Ey. Das geht einem so auf den Sack. Ich kann ihn schon gar nicht mehr lesen. Diesen Scheißnamen. Da kommt es mir. Weiß ich nicht. Überall. Raus. Also das. Ne. Finde ich ja keine Worte mehr. Wie so oft. Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus? 8 zu 2. Na ja. Wow. So. 61. Was sei denn immer noch? Das ist so das Einzige was mich mittlerweile interessiert ey. Mann. Ah so ein Scheiß ey. Raus 14. Ich kann mir nichts kaufen. Der Schutzengel braucht viel zu lange um aufzuladen. So. Aber der ist ziemlich OP muss ich ja sagen. Oder ich finde ihn ziemlich geil. Oh. Hat er den getötet? Ne. Ich glaube der hat auch sowas wie Schutzengel oder so. Aber wie die sich einfach so Kämpfe liefern und dann noch weiterleben und alles. Hä. Was war jetzt? Wieso ist er jetzt einfach weg? Da ist er im Gebüsch. Der ist hier. Okay. Ich verfolge ihn mal. Hauptsache es ist nicht Kack Bob. Dann bin ich zufrieden. So. Ich verfolge den echt ne. Ah ich kriege den auch nicht. Er würde zu seinen Freunden rennen. Und um Hilfe schreien. Oh. Da ist er in den Busch. So. Ah. Habe ich nicht getroffen. Ist er schon wieder weggegangen. Der kennt sich wahrscheinlich auch mit Ash aus und deren Angriffstaktiken. Oder Fähigkeiten. Naja. Das war's dann auch. Äh. 42 Sekunden. Und es wird gleich vorbei sein. Ach die nehmen unsere Base noch nicht ein. Guck mal. Die sind alle weg. Einer ist jetzt mal hier. Kommt jetzt auf unsere Base. Wir haben doch eh verloren. Ich habe jetzt auch keinen Bock mal hier ewig zu warten und noch 10 Minuten zu verschwenden. Ich will jetzt auch die Runde beenden. Also muss ich ja ehrlich sagen. Es hat doch eh keinen Sinn mehr. Wir gewinnen eh nicht mehr. Weißt du es ist eh entschieden. Ich meine. Wir können nicht mehr gewinnen. Das ist einfach unmöglich. Wir müssten 8 Türme oder so zerstören. Oder. Ich weiß nicht. Das ist einfach nicht schaffbar. Unrealistisch. So. Eifer. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr was ich mir jetzt noch holen soll. Im Hintergrund läuft ein bisschen Crossroad von AU5. Ich weiß nicht wie sie ausgesprochen wird. Oder werden. Ja. Bisschen Gold glaube ich habe ich da noch gekriegt. Bisschen Q mache ich mal. Damit ich hier mal. Oh Alter. Die sind übelst stark hier. Alter die töten mich. Sind die blöd. Na ich kümmer mich mal um die hier unten an. Ne geht gar nicht. Jetzt schießt er wieder so lange drauf bis er down ist. So. Dann da und dann da. Okay. Guck mal. Einen Stack Vasallen habe ich jetzt getötet. Das ist doch mal nett. Okay. Rotze. 8 zu 2. Unverändert. Die trauen sich irgendwie nicht an unsere Base ran habe ich das Gefühl. Jetzt machen sie aber langsam. Na gut das sind auch nur die Minions von denen. Aber ich glaube die zerstören den weiteren Kristall. Hä? Ist ja immer noch 8. Müsst das jetzt nicht 9 sein? Oder der geht einfach nicht. Naja wahrscheinlich nur. Ach ja. Guck mal mal. Naja jetzt sind sie auf jeden Fall so langsam auf dem Siegeszug. Würde ich sagen. Langsam haben wir keine Chance mehr. Ich kann nochmal ne Ulti setzen. Aus Spaß. Affen Kackbob. Komm. Da kann man nochmal ne Ulti drauf setzen. Der hat mich so aufgeregt. Okay. Ist auch so im Kackbob hier schon wieder. Bisschen Q'n. Oh Mann da ist er ja schon wieder. In unserer Base wird sich ja nicht so übernommen. Junge. Hier gelten unsere Regeln. Oh Mann ey. Oh mein Schutzengel geht wieder. Nice. Da stehe ich wieder auf. Wie ein Phönix. Und werde gleich wieder getötet. Oh Mann. Das ist einfach so scheiße. Oh. Bisschen. Aufladen. Ja. Gehen wir wieder zurück. Und gehen ins große Gemetzel. Wie sich das gehört hier. Ein paar Minions noch abfahren. Obwohl das sind jetzt alles die größeren. Die nicht so leicht down gehen. Obwohl mit Q geht das. Oh. Scheiße. Habe ich nicht mehr geschafft. Da ist die Runde auch schon vorbei. Und wir haben verloren. Ja. So eine Scheiße aber auch. Wir sehen uns dann gleich nochmal im Endscreen. Ja da wären wir auch. Und ich würde sagen. Guck mal. Ich habe Stufe 9 erreicht. Alter. Das ist übelst geil. Nice. Alter. Endlich Level 9. Dann kann ich jetzt einen Titel schreiben. Weil ein besserer Titel fällt mir auch nicht ein. Bei der scheiß Runde hier schon wieder. Ne. Wir sehen was nochmal. Ich habe 64 Versaillen getötet. Guck mal. Da war ich nicht mal der Schlechteste. Der hatte nur ein 36. Ah guck mal. Der hatte 141 Alter. Also die anderen sind schon besser. Oh der hatte gleichrangig mit mir 64 auch. 21. Er hat sich wahrscheinlich auf andere Sachen konzentriert. Scheiß Kack Bob ey. Ich kann es nicht mal sehen. 186. Der hat auch noch die meisten Seilen wegrasiert. Und auch die meisten Kids gemacht. Ey. Der war einfach übelst gut. Wir waren wieder mal so mittelmäßig. Beziehungsweise schlecht. Also ich. Na gut. Der hatte 16 Tote auch. Naja. Okay. Ich würde sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das wäre es gewesen. Und äh. Ja. Haut da rein. Tschüss.